Jona ist ein Jahr alt und macht weiter mit den rechten Kürbis. Wenn es uns malen geht, ist er immer voll dabei. Er hat also voller Motivation und Energie angefangen. Mit Orange hat er angefangen den Hintergrund zu machen. Das geht immer richtig wild zu. Er will da einfach alles ausprobieren und alle Farben drauf tun. Die Freude und der Spaß ist aber sehr groß. Nachdem er den Hintergrund gemacht hat, hat er angefangen das Innere auszumalen. Er trifft da nicht immer die richtige Stelle, aber die Motivation ist hoch. Also macht er natürlich weiter. Nachdem er eine Weile mit den Farben experimentiert hat, wird der Kürbis mit der Zeit immer voller. Gott sei Dank hat er eine Vorlage, sonst könnte man wahrscheinlich nichts mehr kennen. Dann hat er weiter gemacht mit den Stamm. Da hat er leichte Schwierigkeiten gehabt ihn zu treffen. Aber nach einer Weile hat er ihn auch voller Freude ausgemalt. Und dann kam auch schon die aller allerletzte Schablone. Die hat er dann mit Schwarz ausgemalt. Er hat sich da Zeit gelassen und ist einfach genossen. Und dann waren die Halloween-Kürbisse.